Willkommen Leute zu einer weiteren Folge in Fallout 76. Rocky wieder mal hier am Start für euch. Diesmal mit einem weiteren Waffenguide. Und zwar handelt es sich um den Stromkreisunterbrecher. Wie ihr seht, eine einzigartige Waffe mit legendären Effekten, festen legendären Effekten. Quasi, wenn ihr sie herstellt, besitzt sie diese schon und diese kann man dann auch nicht ändern. Es ist eine Einzelschusspistole, bedeutet ein Einzelschusspistolenbild eignet sich auch am besten für diese Waffe. Was sie alles kann, was für Schaden sie so raushaut und welche die besten Mods sind etc. Zeige ich euch natürlich hier in diesem Video. Anschließend machen wir noch einen Praxistest, damit ihr das alles visuell auch sehen könnt. Und auch die Performance werden wir natürlich unter die Lupe nehmen. Vorab, wie kommt ihr an den Stromkreisunterbrecher ran? Momentan gibt es nur eine Möglichkeit. Und zwar, wenn ihr den Bauplan bzw. die Herstellung auf dem aktuellen Spielbrett freischaltet. Ihr seht es hier, könnt ihr sie freischalten und dann herstellen. Ebenso auch verschiedene Waffenlackierungen für den Stromkreisunterbrecher. Für diejenigen, die das Video anschauen, nachdem diese momentan aktuelle Season schon vorüber ist, hoffe ich, dass ihr den Bauplan gegen Briefmarken erwerben könnt. Ähnlich wie es bei der kalten Schulter abgelaufen ist, denn damals war sie auch auf dem Spielbrett erwerbbar. War die Season vorbei, könnt ihr sie mittlerweile durch Briefmarken erwerben. Falls nicht, dann schreibt in den Kommentaren des Videos oder in meinem Discord-Kanal, Link in der Kanalbeschreibung, dann helfe ich euch da auch weiter. Ich würde sagen, wir schauen uns die Waffe jetzt etwas genauer an, an der Waffenwerkbank. Wollt ihr den Stromkreisunterbrecher nun herstellen, findet ihr die Waffe unter Energiewaffen, denn sie benutzt Fusionszellen und verursacht logischerweise natürlich auch Energieschaden. Ihr seht es rechts, ihr benötigt den Waffenschmied auf mindestens Rang 2 und ihr könnt die Waffe von Stufe 10 bis Stufe 50 herstellen. Bedeutet hier schon mal ein kleiner Vorteil, ihr könnt recht früh in game die Waffe herstellen. Kommen wir zu den Mods. Da gibt es mehr oder weniger zwei Varianten, wie ihr sie spielen könnt, beziehungsweise Kombinationen an Mods. Die meiner Meinung nach bessere, vor allem wenn ihr im Blutigbild spielt mit einer Unnachgiebigrüstung, ist beim Verschluss der krimmige Verschluss, den ihr installieren wollt. Es gibt noch den Stecherabzug als zweitbesten Verschluss, würde ich jetzt sagen, der für eine höhere Feuerrate sorgt. Ungefähr 20 Prozent, würde ich sagen. Hört sich erstmal gut an. Aber wenn ihr im Blutigbild mit einer Unnachgiebigrüstung spielt und bestimmte Perk-Karten besitzt, verursacht ihr quasi mit jedem zweiten Schuss einen Krit-Schaden. Und ihr seht der krimmige Verschluss. Mehr Krit-Schaden bedeutet dann auch insgesamt mehr Schaden pro Sekunde, als wenn ihr eine höhere Feuerrate besitzt. Gehen wir zum nächsten Mod. Hier sollte nur der solide verlängerte Lauf in Frage kommen. Schade, dass er nicht den justierten verlängerten Lauf besitzt, denn der hat auch mehr Vorteile. Denn ihr seht, die Waffe sieht der 10 mm Pistole sehr ähnlich. Und demnach sollte sie eigentlich auch diese Mods der 10 mm Pistole meiner Meinung nach besitzen, damit wir die Waffe auch stärker machen. Denn Einzelschuss-Pistolenbild ist nun mal nicht so beliebt, weil man da wenig Schaden verursacht. Aber sei es drum, solider verlängerte Lauf hier der beste. Beim Griff haben wir einen justierten Griff. Auch der ist der beste. Den natürlich installieren. Jetzt kommen wir zum Magazin. Hier haben wir zwei zur Auswahl. Wir haben einmal das Standard-Magazin mit acht Schüssen und einmal das große Magazin mit zwölf Schüssen. Quasi 50 Prozent mehr Patronen. Hört sich erstmal gut an. Man denkt sich gleich im Kopf mehr Schaden pro Sekunde. Aber ihr müsst beachten, die Nachladegeschwindigkeit wird reduziert. Und die AP-Kosten gehen hoch. AP-Kosten von 15 auf 17 hört sich erstmal nicht viel an. Aber mit einer Pistole braucht ihr viel Patronen, um einen Gegner zu erledigen. Oder mehr als mit anderen Waffen. Somit steigen die AP-Kosten also nicht geringfügig meiner Meinung nach. Spielt ihr im Full-Helf-Bild, nochmal hier die Kombination, die ich euch erklären will, an Mods. Im Full-Helf-Bild verursacht ihr weniger Crit-Schaden, weil ihr einfach weniger Bewegungspunkte habt. Und es sehr schwer ist, diese auf über... Also, Entschuldigung, Bewegungspunkte. Ich meine Glückpunkte natürlich. Diese Glückspunkte über 34 zu bekommen, denn das ist so der goldene Wert, damit ihr mit jedem zweiten Schuss einen Crit-Schaden verursacht. Wie gesagt, mit bestimmten Perkarten. Dann lohnt sich der Stecherabzug, denn ihr habt hier eine höhere Feuerrate. Und mit dem Magazin habt ihr dann auch mehr Patronen. Also, hört sich besser an. Natürlich, im Endgame spielen die meisten mit einem Blutig-Bild. Die meisten, es gibt natürlich welche, die spielen trotzdem mit einem Full-Helf-Bild. Da ist diese Kombination am besten. Würde ich euch definitiv empfehlen. Auch ein Grund ist, ein legendärer Effekt der Waffe, wie gesagt, die Waffe besitzt feste legendäre Effekte. Ihr könnt diese auch nicht neu rollen. Stellt ihr die Waffe her, besitzt sie genau diese legendären Effekte. Und hier kommen wir auch noch zu einem kleinen Vorteil. Wenn wir die Waffe herstellen, es ist quasi eine legendäre Waffe, benötigt sie keine legendären Module. Auch gerade am Anfang für neue Spieler sehr gut, da die noch keine oder wenige legendäre Module besitzen. So, der eine dieser Effekte beinhaltet ein erfolgreicher Schuss mit der letzten Patrone, erzeugt einen Energiestoß der Gegner innerhalb von 50 Fuß, und das ist nicht wenig, Schaden zufügt und sie betäubt. Man kann es so sehen, als wäre es ein Explosivgeschoss. Deswegen vielleicht auch den Grenadier mit rein, damit der Radius einfach höher ist, greift tatsächlich und ist auch sehr wirkungsvoll. Und wenn ihr nur acht Schüsse im Magazin habt, kommt dieser Effekt einfach öfter, er tretet öfter auf. Demnach auch hier der Vorteil bei einem kleineren Magazin, neben der AP-Kostenverringerung. Beim Visier ganz klar das Reflexvisier, AP-Kostenverringerung haben wir dadurch und auch die AP-Kost, äh, die Präzision in Wetz steigt dadurch. Ihr seht es hier, 70. Jetzt kommen wir zur Mündung und hier bin ich enttäuscht, schwer enttäuscht. Warum, werden wir im Praxistest später sehen und werde ich euch genauer erklären. Wir haben hier nur die Energiemündung, ist quasi dieses Teil, das vorne dran ist, ähnlich wie ein Schalldämpfer aussieht von der Größe her, aber ja dafür sorgt, dass diese, ich sag mal, in Gänsefüßchen 10-Millimeter-Pistole zur Energiewaffe wird. Standard aussehen, habt ihr noch verschiedene Lackierungen, wie gesagt, könnt ihr auf dem Spielbrett freischalten. Jetzt sagen vielleicht einige von euch, okay, sie sieht aus wie eine 10-Millimeter-Pistole, verursacht aber Energieschaden. Dann ist vielleicht die 10-Millimeter-Pistole hier die bessere Wahl und ich habe mal eine hergestellt, ohne legendäre Effekte und ihr seht natürlich hier, der Schaden ist höher beim Stromkreisunterbrecher als bei der 10-Millimeter-Pistole. Und ich bin noch nicht im richtigen Bild, kommen wir auch später zu, wir können ja den Energieschaden extra noch pushen, was wir beim ballistischen Schaden nicht können, heißt es kommt hier noch mehr Schaden oben drauf. Also sie verursacht definitiv mehr Schaden als eine 10-Millimeter-Pistole. Aber ich habe hier zum Beispiel meine persönliche, die ich eigentlich im Automatikmodus oder mit der Mod automatischen Verschluss benutze. Jetzt habe ich hier den Leistungsverschluss genommen, weil das der beste Verschluss im Einzelschussbild ist. Habe ich ja hier Nachladegeschwindigkeit und Antirüstung quasi genauso wie hier der Stromkreisunterbrecher, denn der hat auch den legendären Effekt Nachladegeschwindigkeit und Antirüstung. So, und ich habe hier noch die Waffengeschwindigkeit statt diesen einzigartigen Effekt mit dem letzten Schuss und dem Bereichsschaden und der Betäubung. Ihr seht es hier, der Schaden ist, wie gesagt, niedriger, aber wir haben hier einen Schalldämpfer. Jetzt kommen wir zu einer wichtigen Sache. Ihr könnt den Stromkreisunterbrecher nicht mit einem Stealth-Bild benutzen. Nicht wirklich. Ich habe mal meinen Stealth-Bild genommen, also auch mit einer Stealth-Rüstung. Und ihr könnt von weiter Entfernung zwar schießen, wir schauen es uns später nochmal im Praxistest an, und bleibt zwar unentdeckt, seid in Vorsicht, aber wenn ihr näher kommt, und damit meine ich nicht nur zwei Meter vor dem Gegner, sondern schon zehn Meter, also eigentlich immer noch eine größere Erfernung, seid ihr aufgeflogen. Ihr seid dann in Gefahr, quasi nicht mehr unentdeckt und verursacht keinen extra Schleich-Angriffsbonus, den man ja auch sehr gut pushen kann. Und dadurch kriegt ja quasi diese 10-Millimeter-Pistole mit dem Schalldämpfer nochmal mehr Schaden. Doch ich kann euch eins sagen, der Stromkreisunterbrecher verursacht am Ende des Tages, mit dem Bild, das ich euch später vorstellen werde, mehr Schaden als die 10-Millimeter-Pistole, bedeutet, sie ist besser als diese. Deswegen solltet ihr euch für ein Einzelschussbild eher für den Stromkreisunterbrecher entscheiden. Gut, soviel dazu. Das war etwas viel, ich weiß, ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Gehen wir rüber zum Praxistest und schauen uns das Ganze mit einem bestimmten Bild genauer an. Und bevor wir starten, hier meine Mutation, die ich besitze, werde ich euch diesen Bild vorstellen. Ich habe keine Buffs aktiv, die meinen Schaden erhöhen. Ich schaue nochmal gerade, aber ja, zwar ein bisschen mehr AP und Stärke für Tragekapazität etc., aber nichts, was den Schaden verfälschen sollte. Kommen wir zu den legendären Skills. Hier habe ich einmal voller Einsatz drin für mehr Schaden. Wie gesagt, wir spielen nicht im Stealth-Bild oder mit dem Schleich-Angriffsbonus. Dann haben wir hier fünf Skill-Karten, die meine Skill-Punkte erhöhen, um einfach mehr Perk-Karten setzen zu können. Braucht ihr natürlich nicht. Ihr könnt auf einige Perk-Karten verzichten. Ich werde euch auch nur essentiell wichtige Perk-Karten vorstellen beziehungsweise diese beschreiben, die gerade in diesem Deck sind. Blocker, falls ihr im Blutig-Bild spielt, wie gesagt, wir sind nicht im Stealth-Bild, hilft es euch, um einfach weniger Schaden durch Nahkampfangriffe zu bekommen. Dann haben wir hier den Panzer-Killer, Meisterschützen, konzentriertes Feuer. Alles drei für mehr Präzision, Reichweite und Schaden. Dann haben wir Leuchtsicht, ist optional. Ja, braucht ihr nicht, aber dadurch verursacht ihr 40% mehr Schaden gegen leuchtende Gegner. Grenadier ist einzig und allein wegen dem legendären, einzigartigen Effekt auf der Waffe, dass der letzte Schuss Bereichsschaden verursacht. Dadurch vergrößert ihr diesen Grenadier, greift also in diesem Fall. Dann haben wir hier Fleischklopfer für mehr Schaden. Nerdwut natürlich, wenn ihr im Blutig-Bild spielt, essentiell wichtig. Abriss-Experte hier überhaupt nicht wichtig. Habe ich nur drin, weil ich in diesem Bild, also Einzelschuss-Pistolen-Bild, auch Waffen habe, die Explos-Schaden verursachen. Dann kommen wir zu drei wichtigen Karten. Und zwar die Wissenschaftler-Perk-Karten, auch in Profi und in Meister. Jede dieser Karten auf Max-Level gibt euch 10% mehr Energieschaden, was den Grundschaden betrifft. Ist nicht wenig, sondern solltet ihr die ausgerüstet haben. Greift auf dieser Pistole. Batterien enthalten, auch eher optional, um einfach dafür zu sorgen, dass die Fusionszellen, die ihr bei euch trägt, weniger wiegen. Dann haben wir hier natürlich Revolverheld, Meister- und Profi-Revolverheld für mehr Schaden. Peng-Fu auf Rang 1 reicht vollkommen. Und Adrenalin auf Max-Level, um einfach mehr Schaden zuzufügen. Ihr seht, ich habe hier nicht den Action-Boy oder Action-Girl, wie auch immer, drinne für höhere AP-Regeneration. Liegt daran, ich spiele ein Blutig-Bild und brauche diese wirklich nicht. Spielt ihr ein Full-Health-Bild, würde ich vielleicht euch empfehlen, den Action-Boy mit reinzunehmen. Und vielleicht Adrenalin nur auf Rang 3, auf Rang 2 mitzunehmen, weil ihr sonst AP-Probleme bekommt, falls ihr jetzt nicht wirklich starke Buffs benutzt oder auch ab und zu mal einen Kaffee. So, kommen wir zu den Perk-Karten in der Rubrik Glück. Hier habe ich, ihr seht, das glücklicher Zufall drin. Wie gesagt, wir spielen nicht im Stealth-Bild und ich will auch nicht sterben. Somit habe ich hier eine Perk-Karte drin, meiner Meinung nach eines der Besten, die man im Blutig-Bild benutzen kann. Denn diese sorgt dafür, dass wir ab und zu mit 45-prozentiger Chance kompletten Schaden vermeiden, also wirklich stark. Dann kritischer Durchblick. Wir wollen ja oft kritische Treffer haben, gerade wegen dem Verschluss, den ich euch vorhin beschrieben habe. Dann haben wir noch mega kritische Treffer auf Rang 1. Ihr seht, ich habe hier mit Salz ein Gedicht. Wie gesagt, das ist mein persönlicher Einzelschusspistolenbild. Braucht ihr diese Karte nicht? Könnt ihr diese rausnehmen? Genauso auch glücklicher Zufall, wenn ihr in der Meinung seid, ich habe genug Buffs, ich habe eine starke Secret-Service-Rüstung. Brauche ich nicht. Dann könnt ihr blutigen Tod mit reinnehmen und mega kritische Treffer auf Max-Level. Und schon habt ihr deutlich, muss man sagen, mehr Schaden, den ihr zufügt. Soviel zum Bild. Jetzt schauen wir uns die Waffe in Action an. So, und ich werde erstmal keine kritische Treffer landen und nehme Adrenalin raus, weil ich euch auch andere Pistolen zum Vergleich mal zeigen möchte. So, wir haben hier 177. Ist nicht wenig Schaden, muss man sagen. Aber wir sind auch in einem richtig starken Bild drin. So, performt eigentlich sogar ohne Crit-Treffer richtig gut. Mit Crit-Treffer. Ihr seht es hier, reichen manchmal schon zwei Schüsse, 500 Schaden. War zwar ein Crit-Treffer, aber trotzdem ist echt viel. Also, sieht wirklich gut aus, ja. Aber, und jetzt kommt es. Ich habe natürlich andere Waffen dabei. Nein, nicht den Bohrer. Sondern zum Beispiel meine persönliche Kreuzrette. Auch gut gerollt. Und diese Waffe zum Beispiel verursacht mehr Schaden. Und zwar deutlich mehr Schaden. Vor allem Schaden pro Sekunde. Mal zum Vergleich. Hier, mal ein Crit-Treffer. Ah, reicht nicht eins. Nicht gut getroffen. Ist aber auch ein Level 100 zu Promotant. Sieht dann mit dieser Waffe noch schlechter aus. Wie die Zahlen schauen wir uns gleich noch bei einer Brandbestie beziehungsweise Mayerloh Königin genauer an. Damit ihr versteht, was ich meine. So, ich hoffe, wir treffen hier auf eine Mayerloh Königin. Wir haben hier auf jeden Fall nochmal normale Mayerlochs. So, und da ist sie schon. Welches Level? Na, Level 100. Sehr nice. Zwar kein Gebietsboss, aber es reicht. Jetzt schauen wir uns mal den Schaden an. Wir haben kein Adrenalin ausgerüstet. 46. Jetzt wechsle ich mal zur Kreuzritterpistole. Ja, und aufgepasst. Ich muss auf meine Energie achten. 31 mal 2, da wir hier einen Doppelschuss haben, sind 62 plus die 16 Expo-Schaden. Also wir sind hier fast bei doppelt so viel Schaden. Man sieht es auch an der Anzeige. Achtet mal auf die Lebensanzeige von der Mayerloh Königin, wenn ich mit dem Stromkreisunterbrecher schieße und wenn ich mit der Kreuzritterpistole schieße. Deutlich, deutlich besser. Deutlich besser. Ja, die Feuerrate ist natürlich abnormal hoch. Dazu habe ich natürlich auch ein Bild, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und wie sieht es hier aus? 100, um Gottes Willen, 117 plus 35 Krio-Schaden. Also hier sind wir schon bei dreimal so viel Schaden. Und auch der Grund, wieso ich so enttäuscht bin vom Stromkreisunterbrecher. Denn wenn eine neue Waffe ins Game schafft, dann sollte sie definitiv weit oben mitspielen. Denn ich will einen Grund haben, wieso ich meine bisherigen Waffen, die ich benutze, also zum Beispiel Einzelschusspistolenbild, gegenüber der neuen Waffe, also wieso ich sie weglege und sage, jetzt benutze ich den Stromkreisunterbrecher. Und hier hätte ich keinen Grund, denn der Alienblaser und die Kreuzritterpistole natürlich mit bestimmten Mods verursachen viel höheren Schaden. Noch dazu kommt, dass ich mit denen im Schleichmodus auch nicht entdeckt werde, da diese leise sind. Bei der Kreuzritterpistole haben wir den Schalldämpfer und der Alienblaster, wieso auch immer, verursacht keinen, sage ich mal, lautstarken Schuss, der mich dafür sorgt, dass ich entdeckt werde. Also ihr seht das hier, beim Stromkreisunterbrecher ist es anders, wenn ich schieße, werde ich entdeckt. Heißt also, wenn ich noch im Stealthbild spiele mit diesen zwei Waffen, habe ich noch viel mehr höheren Schaden, weil ich diesen auch pushen kann durch verdeckte Operationen etc. Auch die Gausspistole ist meiner Meinung nach besser als der Stromkreisunterbrecher. Versteht mich hier aber nicht falsch, der Stromkreisunterbrecher ist keine schlechte Waffe. Der Schaden ist immer noch gut, ihr habt es vorhin gesehen, zwei Schüsse bei einem Supermutanten mit dem Bild. Also alles gut, aber leider zu schwach, um bisherige Top-Tierwaffen zu ersetzen. Nochmal ist meine persönliche Meinung, andere werden wahrscheinlich der Meinung sein, nicht jede Waffe, die neu rauskommt, muss eine Top-Tierwaffe sein. Ja, und bei der Mündung habe ich vorhin erwähnt, an der Werkbank, da könnten sie zum Beispiel was ändern. Zum Beispiel eine Mündung, die den Krit-Schaden erhöht oder allgemein den Schaden etwas erhöht des Stromkreisunterbrechers, damit sie auf zumindest Augenhöhe ist mit der Kreuzritterpistole in ihrem Blaster und so weiter. So, dann gehen wir nochmal zum Stromkreisunterbrecher und verursachen noch ein wenig Schaden. Ich zeige euch auch den letzten Schuss. So, wir haben jetzt noch ein Schuss im Magazin und dann, ihr seht es durch Grenadier, extrem hoher Bereich, der da getroffen wird, mit dem ihr auch Schaden zufügt und auch Gegner betäubt. Für große Gegner wie eine Majoluk-Königin bzw. Weltenbosse ist diese Waffe dann tatsächlich nichts. Ihr seht es, wir brauchen wirklich viel Munition und dann kommt es natürlich auch dazu, dass wir sterben. Wir bleiben nicht unentdeckt. Also, ja, es ist Geschmackssache. Also, ich werde diese Waffe tatsächlich nicht in meinem Einzelschusspistolenbild integrieren. Ich bleibe zum Beispiel bei dem Alienweißen oder Kreuzritpistole. Hier nochmal der Unterschied. Natürlich, wie gesagt, Schrei und die Feuerrate und weg. Also, der gigantischste Unterschied. Wie gesagt, falls ihr ein Bild für den Alienblaster und Kreuzritpistole braucht, habe ich einen natürlich schon gemacht. Schaut einfach bei den Guides vorbei. Und das war es auch schon, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch die Waffe näher bringen. Ihr müsst entscheiden, ob die Waffe etwas für euch ist oder nicht. Ich bin im Gesamten als Fazit schon etwas enttäuscht, muss ich sagen. Ansonsten war es das hier von mir. Liked das Video, abonniert, falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Euer Rocky. Und bis auf bald. Und bis auf bald.